Hallo, hier ist Sonja von Metzingen24. Ich stehe hier gerade in der Uracherstraße vor dem Atelier von Tanja Weningen, dem Magical Flower Love Laden. Und ja, sie hat den Laden am Montag geöffnet, den 1. März. Und ich gehe jetzt gleich mal rein und zeige euch mal, was Tanja alles Wunderschönes zu bieten hat für euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, liebe Tanja, was findet man bei dir denn in diesem wunderschönen Atelier? Erzähl doch mal. Also, bei mir findet man schöne Accessoires zum Dekorieren. Spiegel, Vasen, Gefäße, Kerzenständer oder andere Dekorartikel. Zudem kommen Pflanzen dazu. Pflanzarrangements für innen, außen, Blumensträuße, ganz individuell, für eine Feierlichkeit oder natürlich auch für euch selbst. Und man kann bei dir ja auch vorbestellen. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Also, ihr könnt bei mir auch vorbestellen, indem ihr mir eine Nachricht schickt via WhatsApp oder gerne natürlich auch per Mail. Und dann können wir zusammen kommunizieren und ihr bekommt euer gewünschtes Arrangement entweder geliefert oder ihr könnt es natürlich auch hier gerne bei mir im Geschäft abholen. Sehr schön. Du hast oben wunderschöne Räumlichkeiten für Beratungen. Welche Kunden berätst du denn bei dir oben in diesem wunderschönen Beratungszimmerchen? Also, in meiner Kreativecke berate ich gerne Kunden für Hochzeiten, Veranstaltungen, Geburtstage, Taufen, Konfirmationen, Kommunionen. Alles, was so dazugehört. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.